So, jetzt haben wir hier die drei Köder. Einmal ganz klassisch Maden. Die wollen wir natürlich auch zeigen, wie man diese Köder an den Haken bringt. Fangen wir mit den Maden an. Da suchen wir uns eine raus, schön knackig. Hier, die nehmen wir. Bitteschön. So soll ich essen mit einer Made? Also wenn man einen Maden angeln möchte, würde ich natürlich empfehlen, so ein kleines Madenbündel zu machen. Natürlich, aber du musst ja nacheinander auf. Gibt es da einen Trick, wie man sie am besten? Ja, bei den Madenbündeln, sage ich jetzt mal, die macht man schon, sage ich mal, immer entweder vorne im Kopfbereich. Das mache ich immer. Du ziehst sie aber jetzt am Schwanz hinten auf. Genau, am Schwanz hinten auf. Oder dann, genau, mal so rum, mal so rum, dass sie halt ordentlich krabbeln und ordentlich viele am Haken dran sind. So, bei Anfängern ist es ja auch oftmals so, zack, hast du den ganzen Schleim dran. Das ist natürlich nicht gut. Wenn das passiert, zieht man sie wieder ab und macht eine neue ran. Genau, deswegen ist es halt auch gut, wenn man zum Beispiel einen sehr dünndrahtigen Haken hat. Dann gehen die Maden halt natürlich nicht so leicht kaputt. Okay, das kann sich jetzt ein Fisch schmecken lassen. Ein weiterer Köder, absolut angesagt, sind natürlich riesengroße Maden. Man nennt sie Bienenmaden. Bitteschön. Genau, die Bienenmaden sind eigentlich gar keine Bienenmaden, sondern sind eigentlich Wachsmottenlarven. Klugscheißer, ich weiß. Wachsmottenlarven, genau. Und die können wir einfach hier aufziehen, also auch wieder auf diesen dünndrahtigen Haken. Die eine ziehen wir halt einmal komplett auf den Hakenschenkel auf. Das heißt also, denn von dem Haken sieht man jetzt gar nichts mehr. Im Moment sieht man noch gar nichts, aber wir sind noch nicht fertig. Also ich fische zum Beispiel immer sehr gerne zwei Stück und mache die Elfform. Das heißt, die erste Bienenmade wird einmal komplett aufgezogen, die zweite wird dahinter gepiekt. Dann ziehen wir die erste Bienenmade über den Knoten rüber, hier vorne. Wir müssen natürlich darauf achten, dass die Bienenmade dabei nicht kaputt geht. Und dann haben wir jetzt im Prinzip so eine Elfform. Ein Elfform. Genau. Und die Hakenspitze guckt raus. Die Hakenspitze guckt raus. Und wenn wir die durchs Wasser ziehen, dann dreht sie das halt immer. Total super. Und wenn er für speist, können wir auch relativ schnell anschlagen, weil die Hakenspitze ja schon frei ist. Klasse. So, und jetzt wird es wurmig. Auch ein super fängiger Köder, der Wurm. Den machen wir auch an den gleichen Haken einmal an. Ja, genau. Auch wieder an den dünndrahtigen Haken. Den pieken wir auch hier vorne, ganz vorne in den Kopfbereich rein. Ja. Ziehen den im Prinzip auch auf wie so ein L. So. Und über das Plättchen hinten drüber. Genau, über das Plättchen auch wieder hinten drüber. So, das Coole ist, wenn der Wurm sich noch bewegt und ab und zu so ein bisschen krampft noch, dann kann man beim Schleppen ab und zu mal stoppen und dann bewegt er sich da hinten und wabbelt da so richtig rum. Und das finden die Forellen echt cool. Kann ich mir vorstellen. Finde ich auch cool. Gut, super. Womit angeln wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Alle drei Sachen. Alle drei Sachen. Klar. Okay. Voll gut. Der schlingelt sich gerade. Sehr schön.